dass in Deutschland und in Mitteleuropa ein so vergiftetes, radikalisiertes Klima herrschen würde. Die Radikalisierung kam schleichend steht und verantwortlich ist die AfD. Und Zitat, Brandbeschleuniger sind auch die sozialen Netzwerke, die sich zu regelrechten Hassmaschinen entwickelt haben. Dort wütet der Mob, der sich als Opfer von denen da oben darstellt. Der Hass schlägt schließlich in Gewalt um. Es ist eine völlige orwellsche Verdrehung der Tatsachen. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Presseinformation. Heute hier mit mir am Podium unser Moderator Thomas Eklinski, der das Deutschlandformat bei der Wahlbeobachtung auf 1 machen wird. Nico Schott zu meiner Linken, der das Österreich-Format moderieren wird. Und unser Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Wir werden Sie heute darüber informieren, was wir in den nächsten Wochen und Monaten bei auf 1 planen. Wir werden nämlich ganz genau hinsehen, was die Medienlandschaft, die Systemmedien in Deutschland und Österreich zelebrieren werden. Und wir werden genau hinsehen, wie die Wahlen ablaufen, wie die Wahlen manipuliert werden. Und wir werden ein Gegengewicht zu der Einheitsberichterstattung in den Systemmedien darstellen. Wir laden deswegen alle Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschen Sprachraum ein, zu auf 1 zu wechseln, die Tagesschau oder die Zeit im Bild nicht mehr anzusehen oder nur mehr als Korrektiv anzusehen oder nur mehr als Informationsbasis anzusehen. Denn auf 1 wird in den nächsten Monaten schwerpunktmäßig die andere Seite zeigen. Es gibt ganz viele Menschen, die generell den Medienkonsum abgeschworen haben. Die laden wir heute ganz besonders ein, wieder ein Medienangebot anzunehmen, nämlich das von auf 1. Wir erklären Ihnen heute, warum wir das tun. Denn die Systemmedien, das sind einerseits die öffentlich-rechtlichen Staatsmedien, andererseits die Konzernmedien, berichten seit Jahrzehnten gleichgeschaltet. Und damit manipulieren sie Wahlen. Und wir müssen davon sprechen, dass die Wahlen in den letzten Jahrzehnten allesamt manipuliert waren, weil die Menschen keine objektive Informationsgrundlage zur Auswahl hatten. Das ändert sich jetzt. Und wenn wir uns ansehen, wie der Mordanschlag auf Robert Fico am gestrigen Tag in der Slowakei medial beobachtet und begleitet und kommentiert wurde, dann zeigt es einmal öfter, dass es dieses Korrektiv dringend benötigt. Wenn wir uns ansehen, was die Bild-Zeitung heute aufmacht oder noch besser, was online präsentiert wird, wenn man auf die Startseite bild.de geht, dann hat man ganz oben einen Großeinsatz in Düsseldorf. Kiosk explodiert. Dann ganz viel Fußball. Alle Bundesliga-News auf einen Klick. Nagelsmann trifft nächste Stürmerentscheidung. Oder beispielsweise andere. Rammstein und die Peniskanone sind zurück. 200.000 Euro Schaden nach Brand in Kita. Biathlon-Chaos um die Deutschen. Und zwischendurch ganz klein der Mordanschlag auf Fico. In Österreich. Österreichs größte Tageszeitung macht heute mit dem Attentat auf. Dort ist es Titelgeschichte. Aber in Österreich versteigt man sich zur frechen Einordnung im politischen Kommentar, dass nämlich, und jetzt hören Sie zu, die AfD maßgeblich schuld daran wäre, dass in Deutschland und in Mitteleuropa ein so vergiftetes, radikalisiertes Klima herrschen würde. Die Radikalisierung kam schleichen steht und verantwortlich ist die AfD. Und Zitat, Brandbeschleuniger sind auch die sozialen Netzwerke, die sich zu regelrechten Hassmaschinen entwickelt haben. Dort wütet der Mob, der sich als Opfer von denen da oben darstellt. Der Hass schlägt schließlich in Gewalt um. Es ist eine völlige Orwellsche Verdrehung der Tatsachen. Denn Robert Fico ist ein Antiglobalist, der aus dem Weg geräumt werden sollte, wie wir auch leidenschaftlich schon in der Redaktionssitzung heute Morgen diskutiert haben. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ich fand es gut, diesen Hinweis mit der Orwellschen Verdrehung. Denn auf eine ganz eigenartige Art und Weise hat die Kronenzeitung sogar recht. Ja, die AfD ist an der Veränderung des Klimas schuld. Denn dadurch, dass die AfD und natürlich auch andere entsprechende patriotische Parteien, etwa die FPÖ hier in Österreich, aufgestiegen sind, dass sie tatsächlich eine Alternative angeboten haben, jedenfalls erst einmal in der Theorie. In der Praxis wird man es sehen. Ist das System in Panik geraten? Sind die Altparteien in Angst geraten? Und sie dulden jetzt keinen Widerspruch mehr. Sie sind auch bereit, mit dem Mittel der Gewalt im Zweifel gegen politische Gegner vorzugehen, mit dem Mittel der Denunziation, aber möglicherweise auch mit dem Mittel von Anschlägen. Denn eines ist jetzt schon klar. Der Mann, der in der Slowakei geschossen hat, mag ein Werkzeug gewesen sein, aber wer hat sich dieses Werkzeuges bedient? Das wissen wir im Moment noch nicht. Aber wir werden recherchieren, wir werden das rauskriegen, denn wir sehen es natürlich als unsere journalistische Pflicht an, eine solche Tat nicht einfach unter Chronistenpflicht abzuhandeln, sondern die Hintergründe dort entsprechend aufzudecken. Und was haben wir gesehen in den vergangenen Jahren? Da gab es immer verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz war immer, kommt eine neue oppositionelle Kraft, wird sie gekauft, wird sie korrumpiert, wird sie eingebunden in das bisherige System. Das wird ein wenig aufgeweitet. Sie dürfen auch an die Fleischdrücke der Macht, aber sie müssen mitmachen. Und oft genug hat das ja auch funktioniert. Aber immer öfter funktioniert es jetzt nicht. Und da sehen wir andere Instrumente, andere Mittel. Wir sehen das Instrument der sogenannten bunten Revolution, erstmals angewandt im Jahre 2000 in damals noch Jugoslawien, vorbereitet in einem damaligen Budapester Hotelzimmer von amerikanischen NGOs, die die Gründungsgeneration von Otpor, das war die tragende Organisation damals in Serbien, geschult hat. Wie stürzt sich eine Regierung? Das haben sie dann auch gemacht. Damals Slobodan Milosevic. Er wurde später tot in einer Gefängniszelle aufgefunden. Sein Nachfolger, erst mal provestlich, Suran Jinjic, wurde erschossen. Wahrscheinlich von der Mafia, aber auch das ein politischer Mord. Man hat das immer und immer wieder versucht. Aber wir können in den letzten Jahren sehen, diese Art der bunten Revolution, das funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist jetzt oftmals gescheitert. Dann kommt der nächste Schritt. Wir werden massiven Druck ausüben, finanziellen Druck vor allem, politischen Druck durch Sanktionen, durch Entzug von Rechten, durch Brandmarkungen etwa in der Europäischen Union. Das hat Ungarn getroffen. Das hat auch Polen getroffen. Jetzt nicht mehr, weil jetzt natürlich eine Regierung nach dem Willen Brüssels in Warschau in der Macht ist. Das würde auch die Slowakei treffen. Aber man hat sich hier entschieden, weiterzugehen. Man hat sich hier möglicherweise entschieden, tatsächlich ein Werkzeug zu benutzen, das dann eine Pistole in der Hand hat. Und warum hat man das möglicherweise getan? Und da sind wir wieder bei den Medien. Dann sind wir wieder bei dem, was wir als unsere Mission, als unsere Vision empfinden, dass nämlich freie Medien eine freie Welt schaffen. Robert Wietzow hat es sich erlaubt, gegen die auch in seinem Land längst auf politischer Linie gebrachten öffentlichen Medien vorzugehen. Er wollte das staatliche Fernsehen, formal das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Slowakei, auflösen, ersetzen durch eine neue Anstalt. Und das war auch die Begründung des Täters, warum er sich hat hinreißen lassen zu schießen. Genau diese beplante Auflösung des Fernsehens. Wie wichtig das ist, haben wir übrigens auch in Polen gesehen. Auf den Regierungswechsel in Polen folgte umgehend der Fernsehputsch, wo das polnische Fernsehen völlig auf Regierungslinie gleichgeschaltet wurde. Das zeigt, wie entscheidend, wie wichtig alternative, freie, unabhängige Medien in dieser Situation sind. Es ist besonders bezeichnend, dass die Medien selbst am Tag nach dem Mordanschlag auf FICO noch immer von der rechten Gefahr schwafeln. Das ist typisches Propagandasprech. Sie wollen die Leute weiter in der Angstspirale vor rechts halten. Dann kennen wir die gefakten, weil erlogenen Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen Angst vor sogenannten Rechten hätte. Nein, es sind nicht die Rechten, die mit Messern und mit Kanonen gegen Andersdenkende und einfache Bürger vorgehen. Nein, es sind jene von den sogenannten Rechten kritisierten Personengruppen. Wie gesagt, der Attentäter auf FICO war ein sogenannter Linksliberaler, wie er sich selbst bezeichnet. Und auch am gestrigen Tag gab es eine migrantische Messerattacke im Schweizer Aargau. Und das ist besonders bezeichnet, denn genau in dieser Region in Aargau wurde der Migrationskritiker Martin Sellner vor einigen Wochen ausgewiesen, denn er würde eine Gefahr für die Schweiz darstellen, während Migranten mit Messern bewaffnet auf schwangere Frauen losgehen. Das ist kein Problem, da werden die Gewalttäter nicht ausgewiesen. Dort gibt es keine harten Bandagen. Der Staat zeigt immer wieder, was er kann. Das System mit seinen Medien zeigt immer wieder, was es kann, wenn es gegen vermeintliche Systemkritiker und Rechte geht. Aber wenn es dann darum geht, wirklich die Kriminalität einzudämmen, sind sie auf beiden Augen blind. Und das führt uns eben auch zu unserer alternativen Wahlberichterstattung. Wir wollen die andere Seite zeigen. Wir wollen ein Gegengewicht zu den gleichgeschalteten Systemmedien sein. Wir berichten vor allem auch schwerpunktmäßig in diesem Jahr, wie das System im Zuge dieser Wahlen agiert, wie es agiert, um seinen Vormarsch nicht behindern zu lassen. Denn darum geht es im Wesentlichen. Es wird nicht möglich sein, die AfD insgesamt einzudämmen oder Corona-Maßnahmen, kritische Parteien oder Bürgerbewegungen ganz wegzubekommen. Es wird auch nicht möglich sein, die FPÖ gänzlich zu stoppen. Aber sie wollen sich in ihrem Great Reset, in ihrem Vormarsch durch die Institutionen nicht empfindlich stoppen lassen. Das ist der Kampf, der in diesem Jahr ausgetragen wird. Und der Great Reset und die Globalisten, sie machen den Sack zu und müssen deswegen immer brutaler, immer offener agieren. Und sie werden dadurch auch gezwungen, immer dreister und offensichtlicher zu lügen. In Österreich hat man jetzt rechtzeitig unseren Sender auf eins quasi zur Sekte erklärt. So wie auch andere alternativen Medien werden jetzt vom Deternat Sekte beobachtet in Österreich. Im deutschen Satellitenfernsehen wurde auf eins rechtzeitig mit Strafen hinausgeklagt. Sie glauben, sie können sich die Medien und Deutungshoheit noch sichern. Doch das ist Fehlanplatze. Wir sind hier, um aufzuklären. Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen. Und wir werden diese Alternativen bieten, indem wir aktuell regelmäßig mit speziellen Wahlformaten für Deutschland und für Österreich berichten werden. Lieber Nico, bitte um deine Ausführungen. Danke, Stefan. Ja, es soll eine alternative Sichtweise gegen den Einheitsbrei des Systems geben. Das ist wichtig. Wir haben die erste Sendung Schicksalswahl auf eins bereits ausgestrahlt. Und wie ich meine, sie ist sehr, sehr gut angekommen. Ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Wie gesagt, es ist wichtig, eine andere Sichtweise zu bieten. Und ja, das tun wir. Essen Sie lieber Kebab oder Schnitzel, fragt zum Beispiel immer wieder die Heute-Zeitung Spitzenpolitiker. Was soll diese Frage? Das interessiert doch bitte niemanden. Die Menschen wollen wissen, wie es in diesem Land besser werden kann. Wir stellen andere Fragen. Wir stellen tiefergründige Fragen. Drum ist es auch wichtig, und das haben wir in der letzten Sendung auch getan, wir haben aufgezeigt, wie der Deep State agiert. Wir haben aufgezeigt, wie die Mainstream-Medien agieren. Wir haben aufgezeigt, wie auch mittlerweile die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diesem Sumpf der Alternativen oder der Allianz der Mainstream-Medien und der Einheitsparteien dementsprechend da agiert. Es ist unglaublich. Wir haben das aufgezeigt, Stefan, bei der ersten Sendung, wie mitunter die Mainstream-Medien jetzt alles aus dem Hut zaubern, um Herbert Kickl ja jetzt dementsprechend in ein Licht zu rücken. Er hätte einen Gesundheitszustand, der wäre desaströs. Ich meine, das ist ein Bergfax, Herbert Kickl. Wir haben aufgezeigt, wie mitunter mit Strache umgegangen worden ist. Ein sehr, sehr interessantes Interview, wo wir mit Sicherheit viele Menschen Eindrücke, Neueindrücke gesehen konnten, die sie so noch nicht mitbekommen haben. Da bin ich davon überzeugt. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch einiges erleben. Ich habe es mehrmals in der Sendung, in der letzten Sendung gesagt, es ist kein Wahlkampf, es ist eine Wahlschlacht. Und das, obwohl wir uns noch Monate, bevor die Nationalratswahl überhaupt über die Bühne geht, befinden. Normalerweise beginnt der Hauptwahlkampf eineinhalb Monate vor der Wahl. Und was wir jetzt schon erleben, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und man muss ja dazu sagen, auch wenn diese Geschichte rund um Lena Schilling eine Europawahlgeschichte ist, diese Geschichte wird sich noch weiter in den Nationalratswahlkampf hineinentwickeln. Außerdem hat die linke Seite jetzt in Zukunft noch eine zusätzliche Partei möglicherweise oder definitiv, denn die ehemalige Grünen-Chefin Madeleine Petrovic hat jetzt eine eigene Partei gegründet. Vom Verein Grüne gegen Impfpflicht jetzt quasi in den Nationalrat. Das wird auch spannend. Also jetzt haben wir auf der linken Seite SPÖ, KPÖ, Bierpartei, Grüne, auch die Neos, wenn man so will. Und auf der konservativen Seite FPÖ und ÖVP und wenn man will auch die MFG. Also das wird extrem spannend. Spannend ist ja auch, wie mitunter in den Mainstream-Medien die Themenlage transportiert wird. Uns wird ja immer wieder gesagt, der Green Deal wäre so interessant oder so wichtig. Uns wird immer wieder gesagt, Desinformation und Fake News wäre so wichtig. Das hat auch Ursula von der Leyen im Januar in Davos verkündet und LGBTQ etc. wäre so wichtig. Das ist nicht wichtig. In den Umfragen sehen wir es, wir berichten es. Das wichtigste Thema sind Teuerung, sind Inflation und sind Migration bzw. Remigration. Und das sind wichtige Themen, das die Leute bewegen. Und, und das ist auch ganz wichtig, Corona. Corona ist nicht aufgearbeitet. Der nicht gewählte Bundeskanzler Karl Nehammer hat zwar im Dezember letzten Jahres einen Bericht vorgestellt mit einem angeblichen unvoreingenommenen Team. Aber in Wirklichkeit war das keine Aufarbeitung. Das war eine reine Farce. Und das haben wir mittlerweile auch gesehen durch die RKI-Files. Da ist gar nichts aufgearbeitet. Und da bin ich davon überzeugt, dass dieses Thema rund um Corona auch bei dieser Schicksalswahl im Herbst in Österreich noch ein nennenswertes Thema sein wird. Vor allem auch aus dem Grund, weil es die erste Bundeswahl ist, oder seit Corona besser gesagt. Wir werden in den nächsten Sendungen bei Schicksalswahl auf eins natürlich weiterhin sehr, wie soll ich sagen, tiefgründige Themen ansprechen. Wir werden mit anderen alternativen Medienvertretern sprechen. Wir werden natürlich versuchen, auch andere Parteien mit ins Boot zu holen. Wir werden alle anschreiben. Wir sind bemüht. Entscheidend ist auch in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass wir immer wieder dran sind, mit anderen Parteien zu sprechen. Aber leider Gottes immer wieder eine Absage bekommen. Wer sich gestern den ersten Teil von Martin Harditsch zum Thema WHO angesehen hat, der hat auch gesehen, wie viele Personen angeschrieben worden sind und wie viele Personen abgesagt haben, weil sie kein Interview geben wollten oder sich gar nicht zurückgemeldet haben. Das passiert bei uns auch tagtäglich. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die nächsten Sendungen Schicksalswahl auf eins werden spannend. Danke, lieber Nico, für die Ausführungen und bitte Thomas gleich nahtlos anschließen, was uns in Deutschland erwartet. Zunächst einmal habe ich eine sehr hohe Motivation im Land von Bild, Zeitung und Tagesschau, ein massives Gegengewicht zu schaffen in der Aufklärungsarbeit. Das war meine Motivation vor knapp zwei Jahren, zu auf eins zu kommen und treibt mich in diesem Jahr mehr denn je an. Wir haben einen Einheitsbrei in Deutschland, ein Mix aus Propaganda und Framing, der für mich ungenießbar ist. Ich erinnere an zahlreiche Tagesschau-Kommentare, wo wir als Zuschauer und vor allen Dingen als Gebührenzahler sogar massiv beleidigt wurden. Da gilt es, ein Gegengewicht zu schaffen und gerade in Bezug auf die Wahlen ist Neutralität oberstes Gebot. Es ist für mich kein Zufall, dass momentan ein Prozess, eine Art Jagd auf Björn Höcke gemacht wird. Es wird alles versucht, um ihm, dem möglicherweise zukünftigen Ministerpräsidenten von Thüringen, Schaden zuzufügen und damit natürlich auch der AfD. Und dieser Ausdruck, für den er da verurteilt worden ist, der ist von so vielen Politikern in der Vergangenheit schon angewandt worden, dass es für mich unerklärlich ist, warum jetzt ausgerechnet Björn Höcke dafür verurteilt werden sollte. Ich erinnere mal an Gerhard Schröder aus seinem Wahlkampf 2002, als er zum Kanzler wiedergewählt wurde. Da gab es ein Zitat von ihm, das lautete, immer im Dienst, einer für alle, alles für Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Systemmedien in den letzten Wochen und Monaten mal gesehen oder gelesen haben, aber das sind Aussagen, die ein ehemaliger Bundeskanzler gemacht hat in der Vergangenheit und der nicht dafür vor Gericht gezerrt und bestraft wurde. Da ist es wichtig, eine gegensätzliche Berichterstattung abzuliefern. Das gilt auch für Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl. Auch hier ist es kein Zufall, dass just unmittelbar vor der Wahl ein chinesischer Spion aus dem Ärmel gezaubert wird, dass eine Durchsuchung stattfindet in den Büroräumlichkeiten von Maximilian Krah. Ganz klar, hier ist das Ziel der AfD und dem Spitzenkandidaten Schaden zuzufügen. Und da gilt es auch, ein Stück weit aufzuklären. Und was interessant in diesem Zusammenhang ist, dass während dann über Höcke oder Krah berichtet wird, alle anderen in den Hintergrund geraten. Zum Beispiel das Thema Habeck-Files. Da hat unser Superminister in Deutschland, unserem Land, Deutschland, einen Billionen-Schaden zugefügt. Normalerweise müsste hier die Staatsanwaltschaft Untersuchungen anstellen, aber man liest nichts mehr darüber, weil es wird berichtet über Höcke und über Krah. Man hört auch nichts davon, dass eine Saskia Esken, die ja in einer Nachrichtensendung vor einem Millionenpublikum Nazi-Vergleiche angebracht hat, die normalerweise die Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen müsste. Man sieht und hört davon aber gar nichts mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei Auf1 die Aufklärungsarbeit, gerade auch in der Wahlberichterstattung, vorantreiben. Wir haben auch festgestellt, dass die Justiz sowohl in Deutschland als auch in Österreich von der Regierung als Werkzeug missbraucht wird. Insbesondere ist ja auch spannend, dass das Urteil von Björn Höcke, das abends so gegen 19 Uhr verkündet wurde, bereits um 8.32 Uhr in der FAZ nachzulesen war. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Das geht nur, wenn es ein Zusammenspiel gibt zwischen der Justiz, der Regierung und allen Beteiligten. Es gab allein 40 Geheimtreffen mit Höchstrichtern in der Vergangenheit. Und in Österreich haben wir die Fälle, Ägisto, Ort, Ideen, Schmiede, Jennewein, um nur einige zu nennen, wo klar deutlich wird, dass es hier dieses Zusammenspiel gibt. Es gibt einen Pakt zwischen den Systemmedien und der Justiz. Der Fall Höcke und der Fall Krat zeigen das deutlich. Im Deutschlandformat haben wir die erste Sendung abgedreht. Wahlbeben Ost in der ersten Folge erwarten Sie, liebe Zuschauer, Gabriele Gysi, die mittlerweile knapp 78-jährige Schauspielerin und Autorin und der Arzt und Publizist Paul Brandenburg. Es ist eine großartige Sendung geworden, weil sich hier zwei Menschen austauschen, die viele Jahre in Deutschland verbracht haben und die genauso wie ich erfahren haben, dass sich in den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland nichts zum Besseren gewendet hat. Ich habe ja festgestellt, ich bin der Methusalem hier in dieser Runde. Ich habe ja schon 62 Jahre in Deutschland verbringen dürfen und habe es noch nie erlebt, dass wir eine so einseitige Berichterstattung haben. Und demnach ist es auch sehr wichtig, dass in unseren Wahlsendungen alle zu Wort kommen. Und das ist, denke ich, auch das, was Sie, liebe Zuschauer, von Auf1 an uns schätzen, dass wir allen eine Plattform geben, sich zu äußern, auch wenn, und da kann ich dem Nico Schotten nur beipflichten, manche Anfrage nicht nur nicht beantwortet wird, sondern dann auch in aller Regel abgesagt wird. Wir haben bereits, glaube ich, das darf ich an der Stelle sagen, vier, fünfmal Sarah Wagenknecht zum Interview gebeten. Bis heute hat sie uns immer wieder mitteilen lassen, dass sie dafür keine Zeit hat. Vielleicht jetzt im Wahlkampf. Ich habe eine Abschlussbitte an Sie, liebe Zuschauer, in meinen Formaten bei Auf1, ob jetzt Spielmacher oder Schlagabtausch, ist es mir immer wichtig, in einem regen Austausch mit Ihnen zu stehen. Das bitte ich mir auch tatsächlich hier beim Wahlbeben Ost. Wenn Sie etwas mehr an Informationen wünschen, wenn Sie einen speziellen Studiogast wünschen, schreiben Sie uns bitte einfach über unsere Webseite. Ich beantworte in aller Regel alle Anfragen, komme da, was auch immer sollte. Das ist für mich sehr wichtig. Und dann habe ich noch eine Bitte, und ich hoffe, dass mir der Chefredakteur jetzt nicht in die Parade grätscht. Er bezeichnet es ja selbst immer als ein Schicksalsjahr. Und für mich ist es, mit dem Rückblick auf 62 Jahre, die ich auf dem Buckel habe, eines der wichtigsten Jahre in meinem Leben. Wir haben ja nicht nur die Wahlen. Wir haben Ende Mai, Anfang Juni das Treffen der WHO. Da geht es um den Pandemievertrag. Ich erinnere daran, dass es heute Schlagzeilen gegeben hat. Der Pandemievertrag ist Geschichte. Er wird wohl nicht durchgewunken werden. Und da werden einige in Sicherheit gewegt. Und ich muss dazu sagen, dass nicht der Pandemievertrag das Entscheidende ist, sondern die internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die müssen nur mit einer einfachen Mehrheit angenommen werden. Und da sehe ich noch kein Zeichen dafür, dass das nicht erfolgen würde in Genf. Da gilt es also, dran zu bleiben. Parallel gibt es Vorhaben der UN und einiger NGOs, die beleuchtet werden müssen. Und das ist noch sehr viel Arbeit, die auf uns zukommt. Und deshalb möchte ich Sie bitten, uns weiterhin auch zu unterstützen. Und wenn Sie am Monatsende mal 15, 15 oder 20 Euro übrig haben, dann bin ich dankbar, wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen. Denn wir machen auf eins nur für Sie, unsere Zuschauer, finanziert von Ihnen. Und deshalb wünsche ich mir auch in Zukunft dieses enge Miteinander, auf das wir auch in weiteren drei Jahren für Sie berichten dürfen. Danke, Thomas. Was sollte ich hier dazwischen krätschen? Natürlich, es war nicht abgesprochen, aber das kommt ja eben genauso authentisch. Das gehört zu Auf1, dass wir auch das sagen, was wir uns denken. Und es immer wieder ein Bedürfnis auch ist von unseren Moderatoren. Bin ja nicht nur ich der Bettelmönch, der immer wieder sagt, bitte unterstützen Sie uns. Sondern jeder einzelne Mitarbeiter wünscht sich, dass die Arbeit weitergehen kann, weil es so entscheidend, tatsächlich schicksalsentscheidend sein kann. Gibt es eine Gegenstimme oder gibt es sie eben nicht? Und wie bereits erwähnt, arbeiten die Globalisten ja mit allen erdenklichen, dreckigen und mächtigen Mitteln daran, dass es die Gegenstimmen nicht mehr gibt. Lieber Martin, bitte noch um deine Ausführungen. Warum machen wir das weiter und was ist wichtig, auch noch am Schirm zu haben? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir in diesem Jahr unbedingt beachten müssen und die fast schon über die Wahlen als Moment hinausgreifen. Es geht in diesem Jahr um eine Weichenstellung, um eine Grundsatzentscheidung. Es geht nicht darum, ob die Koalition ein bisschen anders gefärbt ist. Es geht nicht darum, ob in irgendeiner Kommune ein anderer Bürgermeister sich darum kümmert, die falsche Ortsumgehungsstraße zu bauen. Das ist unerheblich. Es geht nicht mal darum, ob eine Oppositionspartei oder ob die Partei, die man selber präferiert, jetzt ein paar Mandate mehr hat, damit sie ein paar mehr Mitarbeiter einstellen können und ein paar mehr Anfragen stellen können. Sondern es geht darum, hat unser Land, unsere Länder eine Zukunft als souveräne, eigenständige Staaten? Haben wir eine Zukunft in einer Demokratie? Oder werden wir auf ein Abstellgleis gefahren, für das es und auf dem es keinen Rückwärtsgang geben wird? Weil das System, weil die globalen Mächte natürlich ihre Fakten schaffen und zementieren wollen. Und sie werden vieles dafür tun. Ich weiß nicht, ob all diese Wahlen, die wir erleben, ob es bei denen immer mit rechten Dingen zugehen wird. Ich glaube nicht an die große Fälschung, aber ein bisschen Schmuh hier und da, das kann es durchaus geben. Und das hat es auch schon gegeben. Wir erinnern uns, in Berlin musste erst die Landtagswahl wiederholt werden. Und die Kommunalwahl, das ist nicht so rumgegangen. Und dann auch noch ein Teil der Bundestagswahl, weil man sie nicht organisieren kann, weil die Verwaltung es irgendwie nicht hinkriegt. Oder wollten sie es nicht hinkriegen? Alle Wahlen bisher haben sie auch organisiert bekommen und da herrschte auch Chaos in die gleiche Verwaltung. Wir sehen auch, dass es übrigens nicht viel bringt zu glauben, man könnte mit einem kleinen Trick eine kleine Verbesserung irgendwie vornehmen. Wir haben über die Wahl von Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten von Thüringen gesprochen. Ich erinnere mich daran gut, weil ich da war und alle denken dann an den Blumenwurf, den die damalige linken Fraktionsvorsitzende gemacht hat nach der Wahl, dem Wahlsieger die Blumen vor die Füße zu schmeißen. Naja gut, seine Manieren definiert jeder selbst, da will ich gar nichts zu sagen. Aber was viel interessanter ist, Kemmerich hat danach eine Pressekonferenz gegeben und das Erste, was er als Ministerpräsident tat, war nicht etwa zu sagen, was er für Thüringen tun will, sondern er sagte, Zitat, ich bin Anti-Höcke. Das war ihm das Wichtigste, sich erst einmal anzubieten. Das hat ihm aber überhaupt nichts genutzt. Innerhalb kürzester Zeit waren tausende Anti-Verdemonstranten vor dem Landtag. Ich habe mich gefragt, wie sind die so schnell dahin gekommen, also so klein ist Erfurt dann doch nicht. Oder sollten die eigentlich als Klaköre für einen anderen Sieger bereitstehen? Ich weiß es nicht, sie waren aber da. Es wird ganz viele Tricks geben, aber eines ist auch richtig. Wahl kommt von Auswählen. Diese Regierungen, die wir jetzt haben, die fühlen sich bestätigt, sie fühlen sich getragen von der Mehrheit, sie fühlen sich beauftragt und in gewisser Weise sind sie das ja auch, denn sie haben die Mehrheiten gewonnen. Das heißt, diese Wahl ist nicht etwas für die anderen, sondern ist etwas für jeden Einzelnen, der seine Auswahl trifft, der selber mitbestimmt, wo wir abbiegen, welche Weiche wir nehmen und ob wir gegen den Prellbock fahren oder in eine Zukunft. Lassen Sie mich abschließend noch einmal den provokanten Satz sagen, den ich zu Beginn gesagt habe, dass nämlich alle Wahlen der letzten Jahre und Jahrzehnte in gewisser Weise Wahlbetrug waren. Denn die Menschen hatten nicht die Informationsgrundlage, die sie benötigen, um objektiv eine richtige eigene Entscheidung zu treffen. Sie waren Opfer von Propaganda und Manipulation und das geben jene, die das maßgeblich betreiben, sogar selbst noch zu. Ich erwähne hier etwa die Faktenchecker oder das Korrektiv oder andere Kolumnisten in den Systemmedien, die in den letzten Wochen nicht müde wurden zu betonen, dass das neue Phänomen der alternativen Medien dazu führen würde, dass die Menschen Informationen bekommen, die sie dann zu Entscheidungen veranlassen, die eigentlich nicht richtig wären. Und sie sagen, dass die alternativen Medien, dass auf eins, wir würden in die Wahlen eingreifen, weil wir so Bericht erstatten, wie wir Bericht erstatten, dass wir eben auch die andere Seite einmal zu Wort kommen lassen, dass wir die andere Seite zeigen und dass wir die Verbrechen und Schweinereien des Systems offenlegen. Und damit geben sie zu, dass bevor es auf eins und bevor es alternative Medien gab, sie einseitig manipuliert haben und das über Jahrzehnte und ohne Widerspruch. Aber wie gesagt, diese Zeit ist vorbei. Ja, wir greifen in die Wahl ein und zwar insofern, dass wir frei und konzernunabhängig berichten werden. Und jeder kann sich dann selbst als mündiger Medienkonsument eine eigene Meinung bilden. Wir trauen das den Deutschen, wir trauen das den Österreichern und in weiterer Folge natürlich auch den mündigen Schweizern zu. Wahlen sind immer ein Stimmungstest und deswegen ist es nach den Wahlen, nach Corona für uns jetzt so spannend, wie sich die Bürger entscheiden werden. Gibt es noch immer einen überwiegenden Rückhalt bei der links-grün-global-woken Seite oder wollen die Menschen endlich einen Wechsel? Wollen sie einen Wandel? Und wohin geht der Wandel? Und hier sind wir als alternative und tatsächlich wirklich freie und unabhängige Medien auch eine kritische Beobachtungsstelle für die Oppositionsparteien, die ja angetreten sind mit großen Versprechungen, mit großen Wahlversprechen. Und wir werden sie an diesen Wahlversprechen konkret festmachen. Wir werden versuchen, sie fest zu nageln. Ich konnte bereits Ende letzten Jahres beispielsweise den FPÖ-Politiker Gerald Hauser festnageln in einer Sendung, der jetzt ins EU-Parlament wechselt, dass er verbindlich für die FPÖ festgehalten hat, wenn die FPÖ stärkste und bestimmende Kraft im Herbst in Österreich wird, dann werden sie den Pandemievertrag der WHO und die internationalen Gesundheitsvorschriften canceln. Das hat Gerald Hauser zugesagt und solche und weitere Wahlversprechen werden wir FPÖ und AfD festnageln, denn wir wollen nicht Steigbügelhalter sein als alternative Medien einer falschen Opposition, einer fake oder gelenkten Opposition. Wir wollen nicht in Deutschland oder Österreich Zustände, wie es jetzt in Italien mit einer Million ist, wo die Menschen gehofft haben, dass es plötzlich eine große Wende gibt und das Einzige, was sie sehen, ist, dass ihnen der Volksverrat anders verkauft wird. In diesem Sinne freue ich mich auf ein frisches, lebendiges, rasantes Jahr. Wir werden immer vorne mit dabei sein. Sie werden die Auf1-Mikros sehen und wir werden den Systemmedien nicht wie in den vergangenen Jahren die Einheitsberichterstattung überlassen. Lassen Sie sich nicht weiterhin manipulieren. Kommen Sie gerne zu Auf1, schalten Sie ein und informieren Sie sich wirklich unabhängig. Politik im Fokus. Politik highlights breaking news. Politik im Fokus.